Heyho und willkommen zu einem, naja, es ist nicht wirklich ein Infovideo, es ist eine persönliche Empfehlung von mir zu den Charakteren von Borderlands 3. Ich lasse im Hintergrund, lasse ich einfach ganz entspannt das Bild laufend von der Website, die ist wie immer unten verlinkt, wenn ich daran denke, was ich bis jetzt eigentlich glaube ich immer geschafft habe, ich bin mir sicher. Und das soll jetzt so meine persönliche Einschätzung zu den Charakteren sein, zu dem Spiel, wenn ihr es neu spielt, ob ihr es nicht neu spielt, ob ihr Einsteiger, also gerade mit dem Spiel einsteigt mit dem dritten Teil oder nicht einsteigt. Und dieses Video kommt am 12.9., wenn ich richtig bin, das ist der offizielle Tag vor dem Release, das heißt am 13.9. startet offiziell um 1 Uhr morgens Borderlands 3 bei uns in Deutschland. Ich werde es auf jeden Fall direkt am Anfang zocken, um 1 Uhr, ja, ich habe kein Leben. Und ich werde auch am Freitag direkt etwas dazu hochladen, also sehr wahrscheinlich einfach die erste Stunde, halbe Stunde oder so, oder halt einfach Stunde und dann gehälftet. Einfach hochladen, eins zu eins, bevor ich das Spiel starte, wird die Aufnahme gestartet und dann fange ich an, das Spiel zu spielen. So wird es ablaufen, oder so habe ich das vor, dass es ablaufen wird. Und Sonntag sollte da, oder kommt dann ein, naja, Fazit würde ich es auf keinen Fall nennen, das wäre falsch, aber Sonntag würde dann wieder das Shadowplay, ich weiß gar nicht, ob dies mal eins dran ist, ich weiß nicht, würde auf jeden Fall ausfallen. Und weil ich von Freitag werde ich nur zocken, Freitag habe ich dann leider noch Uni, da muss ich dann noch hin. Aber dann sind wir Freitag nur gezockt, Samstag nur gezockt. Und dann kommt Sonntag das Video. Beziehungsweise kommt dann sozusagen meine Einschätzung zum Spiel, was gut gelaufen ist, was nicht gut gelaufen ist. Das wird eine, keine fachliche Richtung nehmen, das wird absolut meine Meinung nehmen und genauso wird das Video, was jetzt im Hintergrund, also das Video, das jetzt hier, wird auch absolut nur meine Meinung widerspielen. Das geht nämlich um die vier Charaktere, wir sehen sie im Hintergrund die ganze Zeit durchlaufen, Amara, die Sirene. Dann haben wir, wo es mal was sagt, Fleck, den Beastmaster, Moos, die Schütze und Zane, den Agenten. Ich habe zu jedem einzelnen nochmal, habe ich zu jedem einzelnen, habe ich Skilltree-Videos gemacht, die könnt ihr euch gerne angucken. Allerdings geht es jetzt einfach nicht um den Skilltree, sondern rein theoretisch, ja eigentlich doch rein theoretisch einfach nur, was ich von den Charakteren halte und wer am besten damit zu euch kommt. So, von Anfang an, um die Frage zu klären, ich werde mit Moos meinen ersten Run spielen. Also den ersten Durchgang werde ich auf jeden Fall mit Moos zocken. Die ist die Klasse, die mir am meisten zusagt, wegen dem Iron Bear, das ist also die Sponsor und Mac, der mit einer Gatlinggang ausgerichtet werden und ich bin ein Mann, ich bin ein Mann, ja, nein, ich bin ein Mensch, wollte ich sagen. Also Mann bin ich auch, aber ich bin eigentlich wollte ich sagen, ich bin ein Mensch, der es liebt einfach unendlich Schuss zu haben und einfach nur ratatatatatatat zu machen. Das ist... Deswegen wird man die Klasse am meisten zusagen. Obwohl, persönliche Einschätzungen für den Singleplayer-Modus eignet sich am ehesten Fleck, beziehungsweise Zane, der Agent, weil die geile Skills haben. Also Fleck hat durch seine biester extreme vorteile sei es mehr schaden mehr lebensregeneration oder ich weiß gar nicht was das dritte jetzt war generelle bewegungsgeschwindigkeit glaube ich war das und sehen hat durch seine dadurch dass er gerade der einzige charakter ist der zwei skates geist also zwei skill fähigkeiten auf einmal auswählen kann dafür dann aber keine grad hat mit seinem schild mit seinem double oder mit seiner drohne hat er finde ich generell gute möglichkeiten sich zu verteidigen das schild erstens schützt und zweitens wenn man dadurch macht mehr schaden das ist im single player eigentlich immer ganz geil gegen bosse fleck hat den vorteil nicht nur dass die biester im extra effekte geben die biester rennen auch mit ihr rum und sie können dich wiederbeleben das ist immer so ein großes makro gewesen bei borderlands 2 fand ich im solo player du bist down gegangen ob gerechtfertigt oder nicht irgendwann bei op 10 op 10 je nachdem wie es nennen wollt also bei der höchsten stufe level 80 da drücken die gegner die schon schaden egal was für eine quickman du hast und wenn du dann darum gehst dann kann es passieren dass die gegner sich einfach weil sie halt gerade kein aktives ziel zum angreifen haben wieder in ihre deckung begeben oder weggehen und du aber nicht hinterher gekrochen kommst das kann manchmal schon ruhig sein und dann stirbst du als der hat vielleicht hat der vorteil seine tiere können ihn aber einem gewissen skill mit dem man freischaltet selbst also wieder aufheben das ist natürlich vorteilhaft muss man jetzt abwägen ist das das argument ob man nimmt oder nicht ich behaupte aber trotzdem dass vielleicht gerade durch die variabilität der tiere sehr auch die klasse sein wird die am einsteiger freundlichsten ist sie ist auf jeden fall zumindest laut einer twitter-umfrage von ich weiß gar nicht wurde die offiziellen borderlands account oder wurde die von gearbox egal auf jeden fall nach der twitter-umfrage ist fleck der wo die meisten leute sagen jo den werde ich als erstes spielen ich glaube das war 35 prozent oder so damit war der meiste und ich bin der meinung zu dem zumindest zu dem was es man bis jetzt von ihm weiß wird er auch am einsteiger freundlichsten sein und für einen solo run sehr wahrscheinlich sogar mit am besten gebe ich recht allerdings ist er so die schützenklasse die sniper klasse die etwas defensiver braucht und das ist nicht mein das das kann ich nicht ich werde auf jeden fall spielen ja aber nicht als erstes kommen wir zu most der klasse die ich nehmen will sie ist mit amara so die klasse die eigentlich am besten für den koop spiel für den für das koop spielen geeignet ist amara durch ihre viele viele statuseffekte die sie auf die gegner drauf prühen kann mit ihrer fähigkeit oder den gegner festhalten gegner festhalten ist eigentlich im single player immer praktisch aber im multiplayer noch umso praktischer weil umso mehr leute auf den gegner ballern können most ich muss glaube ich nicht erzählen wenn die skill fähigkeit von ihr einen zweiten sitzplatz hat dann erklärt sich das glaube ich von alleine warum sie gut für den multiplayer geeignet ist sein hingegen hatte so solide mischung erst weder wirklich ist also ist gut im single player anwendbar ist aber auch ein guter multiplayer anwendbar also wenn ich die jetzt sozusagen renken würde meiner meinung nach fleck solo charakter also fürs solo playthrough natürlich kann man jedoch im multiplayer spielen um gottes willen most und amara so eine solide mischung aus beiden allerdings kommen wir jetzt zu dem besonderen teil oder den teil auf den ich mich besonders bei borderlands 3 freue natürlich hoffe ich dass wenn wir es aufnehmen also ich mit den jungs wenn wir irgendwann mal dazu kommen sollten dass jeder eine andere opa jetzt bin ich gerade auf obs gekommen jeder eine einzelne also jeder eine andere klasse nimmt aber rein theoretisch da man jetzt nicht mehr wie in borderlands 2 oder 1 einen aktiven skill hat und den ein bisschen anpassen kann hat man jetzt bei jedem drei verschiedene aktive skills das heißt rein theoretisch können könnte dreimal amara dreimal flag dreimal most dreimal sehen irgendwo rumlaufen und sie könnten trotzdem allen komplett anderen spiel haben weil sie unterschiedliche skills nehmen bei seien ist das immer relativ wenn man zwei skills gleichzeitig auswählt aber bei den anderen ist es so sein das heißt ganz ganz kurz grob und knallig gesagt amara ist für die die viel von statuseffekten halten sie ist sehr gut im statuseffekte drauf kriegen das heißt viel feuer viel hast du gesehen was weiß ich was gab es alles hier radiation korrosion pyro nein krüo nicht pyro pyro ist feuer krüo da ist amara eindeutig die wahl flag ist so der schütze unsichtbar machen kritische treffer treffen viel schaden ausrichten wie gesagt eignet sich super viel सigerplayer mos ist sozusagen die rat gott klasse einfach nur rappelt haupt sache es zwiebel wir hab es auf viel munition und das ist das ist das ist meint das spricht nicht richtig an und sein ist so der taktiker noch mal reingehen dann schild vorsicht stellen eventuell an Chelsea wieder weg porten mit seinem logom nachladen wieder ein porten sehr wahrscheinlich sehen wird so der ein affezagern härtest der charakter sein zu meistern, deswegen aber sehr wahrscheinlich easy to learn hard to master, der Klassiker, man kennt ihn ja auf jeden Fall ich freue mich absolut wie Bolle auf Borderlands 3 ich werde, ich weiß nicht wie viele Videos ich machen werde, ich weiß nicht ob ich eventuell sogar Infovideos machen werde so nach dem Motto, hey man kann da und da gut farmen, hey man kann da und da der G-Scarry kriegen muss ich mir noch überlegen je nachdem wie Lust, Laune und Zeit ist, auf jeden Fall das ist jetzt einfach nur nochmal die Charaktere kurz, also Zane, solides Mittelfeld ob jetzt Koop oder nicht Koop Amara eher Richtung Koop, also ich würde sie natürlich kann man jeden auch im Singleplayer spielen um Gottes Willen, das ist jetzt nur eine Empfehlung aber von den Skills her geht sie doch eher Richtung Koop sie ist nämlich darauf gedacht, viel Schaden oder viele Gegner gleichzeitig zu schwächen jetzt habe ich kurz, absolut Mund nicht aufgemacht zu schwächen viele Gegner gleichzeitig zu schwächen ich kann das nicht richtig ausreden irgendwie fühlt sich das komisch an im Mund und zu finishen ist dann natürlich, wenn sie sich nur um das Schwächen der Gegner kümmert, können dann andere finishen, das ist natürlich nicer als wenn sie es selbst machen muss bei Mose ähnlich mit dem Iron Bear gerade deswegen auch nicht unbedingt eine untankige Klasse und viel Munition und viel hast du nicht gesehen eigentlich eher gut zum Unterstützen als Stattung selber ich finde, also gerade so Klassen, die viel schießen viel machen, am besten so mit Statuseffekten arbeiten und so, sind eher schwach was das Singleplayer Potential angeht sondern eher besser, wenn sie Unterstützung haben und Fleck wirklich, da er gerade eine Klasse hat die sehr viel auf One-Shots ausgelegt ist die sehr viel auf krassen Schaden auf einzelne Feinde und auch gerade durch die Tiere sehr, sehr wenig auf andere eingewiesen ist ist er so finde ich vom Gefühl her das kann sich noch ändern also wie gesagt das ist jetzt vorab ich habe die Klassen zwar schon selbst einmal gespielt das kommt natürlich auch so ein bisschen in meiner jetzigen Meinung zu aber es kann sich im kompletten Spielverlauf kann sich das eventuell noch ändern wenn, ich weiß nicht wenn irgendwann der und der Skillpunkt erreicht ist den man bei dem Probe-Gameplay bis jetzt noch nicht zocken konnte dass der dann die Klasse dann auf einmal komplett umschlägt aber für mich ist es so falls ihr neu in Borderlands 3 seid oder falls ihr euch nicht sicher seid und einen starken Singleplayer-Charakter haben wollt mit dem ihr ey mit dem ihr gut durchkommt ist meine Empfehlung eindeutig Fleck das sollte absolut kein Problem sein mit ihm irgendwas zu reißen so ein Mittelding wäre Zayn Zayn ist ja der Trickser der Spieler wenn man viel ausprobieren will glaube ich ist der ist der gut Amara ist so wenn du eher Bock auf Kloppe hast anstatt auf Schießen wäre das glaube ich die Wahl und Moes ist wie gesagt für mich die Wahl Hauptsache ratatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat Es ist schon, der Pre-Download hat ja schon begonnen beim Epic Store. Es ist schon gedownloadet. Ich habe schon das Borderlands 3-Icon auf dem Desktop, aber ich kann es nicht starten. Das ist so frustrierend. Egal, das sind meine Einschätzungen, groben Einschätzungen zu den Klassen, wer wann am besten was spielt. Wie gesagt, ich werde Maus nehmen für alle, die nicht wissen, wen sie nehmen sollten, aber trotzdem ein angenehmes Singleplayer-Gefühl haben wollt oder einen angenehmen Single-Charakter haben, empfehle ich Fleck, wenn ihr ein bisschen mehr auf Haue steht. Eindeutig Amara. Wenn ihr so wie ich drauf seid, Hauptsache es ballert und Hauptsache es ballert viel. Eindeutig Maus. Und für alle, die so ein bisschen tricksen wollen, eindeutig Sein. Also so tricksen im Sinne von, okay, ah, jetzt gehe ich zum Double, ah, nee, jetzt springe ich zurück, ah, 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 hin und her, ne? So, oder ein Schild da machen, oder die Drohnen. Auf jeden Fall, wie gesagt, Sein, mittleres Feld, Skorbum, Singleplayer, Fleck, wirklich hauptsächlich, klar, kann auch im Multiplayer ohne Probleme mithalten, aber wirklich eher die Singleplayer-Klasse. Und Amara und Maus sind ein solides Mittelfeld. Auf jeden Fall, ich habe schon wieder viel zu viel gelabert, das Video geht schon viel länger, als ich es eigentlich machen wollte. Ist aber auch egal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielen Dank fürs Zusehen. Hau da rein.